Reisende haben bei Flugausfällen oder Verspätungen dank der EU-Fluggastrechte-Verordnung Anspruch auf Entschädigungszahlungen von bis zu 600 Euro. Aber in der Praxis werden jedes Jahr Ansprüche im dreistelligen Millionenbereich nicht ausgezahlt, weil die Kunden entweder nicht über ihre Rechte Bescheid wissen oder von dem komplizierten Entschädigungsprozess abgeschreckt werden. Eigentlich müsste jeder Reisende einzeln seine Ansprüche auf dem Zivilklageweg eintreiben. Viele Menschen benutzen deshalb Fluggastrechte-Portale. Diese behalten aber bis zu 30 Prozent der Entschädigung für sich ein. Diesen Mittwoch findet ein Fluggastrechte-Gipfel in Berlin statt, bei dem sich die Bundesregierung gemeinsam mit den Airlines und verschiedenen Verbraucherschutzorganisationen darüber austauschen möchte, wie Reisende in Zukunft bei Ausfällen besser entschädigt werden können. Leider ist hier lediglich eine weitere Reihe freiwilliger Selbstverpflichtungen zu erwarten, die weder effektiv noch rechtlich bindend sind, wie wir es auch schon beim Luftfahrtgipfel im Oktober erlebt haben. Die grüne Bundestagsfraktion hat hierzu einen Antrag eingereicht. Airlines sollen künftig von sich aus bei jeder Verspätung die Kunden darüber informieren, ob ein Entschädigungsanspruch besteht und wie sie ihre Entschädigung erhalten können. Wenn die Airline davon ausgeht, dass sie nicht zu einer Entschädigung verpflichtet ist, weil zum Beispiel die Verspätung durch höhere Gewalt verursacht wurde, sollen sie den Kunden auch darüber informieren und ihm mitteilen, wie er sich im Zweifelsfall an die Schlichtungsstelle für öffentlichen Personen Verkehr wenden kann.